Liebe Kontakte, herzlich willkommen zur mittlerweile bereits 13. LinkedIn-Show, live natürlich. Und für heute habe ich mir ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Ein Thema, das neben der Optimierung des eigenen Profils und der passenden Publishing-Strategie die dritte große, große, wirklich ganz große Säule ihrer LinkedIn-Präsenz ist. Diese drei Säulen, Säulen ist vielleicht gar nicht so die richtige Metapher, denn diese drei Bereiche, die wirken aufeinander ein und die sind ganz, ganz eng verzahnt. Wenn man das eine nicht richtig macht, funktioniert das andere auch nicht. Der Bereich, über den ich heute sprechen möchte, ist der Aufbau Ihres eigenen Netzwerks. Ich habe in der letzten Sendung bereits über das Thema Zielgruppe gesprochen. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie ohne eine sehr genaue Vorstellung davon zu haben, wer denn die Zielgruppe für Ihr Produkt oder für Ihre Dienstleistung ist, Ihre LinkedIn-Aktivitäten gar nicht sinnvoll strategisch planen und anlegen können. Aber wenn Sie nun Ihre Zielgruppe für sich definiert haben, dann tritt in der Praxis natürlich sofort die nächste Frage auf. Wie finde ich diese Personen denn auf LinkedIn? Wollen wir uns dabei auf König Zufall verlassen? Wir hoffen, dass wir die richtigen Status-Updates posten. Früher oder später werden unsere Kunden die schon lesen und uns kontaktieren. Das passiert. Das kommt immer wieder vor. Aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich verlasse mich zumindest in geschäftlichen Angelegenheiten sehr ungern auf den Zufall. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass Sie Ihre Zielgruppe nicht nur kennen, sondern dass Sie eben dann auch in der Lage sind, diese Personen auf LinkedIn zu finden. Natürlich müssen Sie sich in weiterer Folge dann auch kontaktieren. Aber wie gesagt, bevor Sie das tun können, steht erstmal Recherche auf dem Plan. Ich habe vor einigen Sendungen ausführlich über die LinkedIn-Suche gesprochen und auch über die verschiedenen Bullschen, Operatoren und Suchmöglichkeiten. Genau die brauchen wir dafür. Und wie das Ganze wirklich in der Praxis funktioniert, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Und wie gesagt, das ist wirklich eine Anleitung beziehungsweise ein Verfahren, eine Vorgangsweise, die Sie 1 zu 1 so einsetzen können. Und die wird Ihre LinkedIn-Präsenz garantiert auf den nächsten Level bringen. Wie geht man nun in der Praxis beim Suchen, beim Recherchieren dieser Zielgruppe vor? Nun, das möchte ich gern anhand eines kleinen Praxisbeispiels vorführen. Nehmen wir mal an, Sie vertreiben eine Dienstleistung oder ein Produkt und Ihre Kunden befinden sich in der Pharma-Branche. Ihre Zielgruppe ist also in der Pharma-Industrie und dort im Speziellen sind es, sagen wir mal, hypothetisch, HR-Manager in der Pharma-Industrie, in Österreich und in Deutschland. Ihr bester Freund dabei ist die LinkedIn-Suche. Wie Sie ja wissen, können Sie, als regelmäßiger Zuseher wissen, können Sie hier in diesem Suchfeld ja nicht nur einzelne Begriffe und Namen eingeben, sondern diese auch mit Bullschen, Operatoren, AND, OR und so weiter verbinden und Ihnen stehen hier eine Menge zusätzlicher Filter zur Verfügung. Das heißt, der beste Einstiegspunkt ist natürlich einmal die Berufsbezeichnung und die ist nicht eindeutig, aber sagen wir mal HR-Leiter und ich suche hier einfach mal nach Personen und ich möchte natürlich Leute finden, mit denen ich noch nicht vernetzt bin, sind hier ohnehin alle second, aber im Normalfall macht das natürlich Sinn, wenn man die Firsts, also die eigenen Kontakte, aus der Suche hier herausnimmt. Gut, wir haben nun 1,4 Millionen Treffer aus der Pharma-Branche. Das wollen wir jetzt natürlich weiter eingrenzen. Die nächstliegende Einschränkung ist natürlich das Land und ich nehme hier mal Germany und Austria. Fragen Sie mich nicht, warum wir Österreicher hier doppelt vertreten sind mit Austria und Austria Area und dann werden aus den 1,4 Millionen bereits nur mehr 43.032. Sie sehen, hier ist Leiter HR eingetragen, hier HR-Leiter mit Binderstrich. Also wenn ich das hier so normal eingebe, ohne Verknüpfung, dann nimmt er jede Kombination der Worte. Wenn ich diesen Suchbegriff nun hier unter Anführungszeichen setzen würde, dann müssen die Begriffe genau in dieser Reihenfolge vorkommen. Also hier HR-Leiter, hier hat er einen Passjob, HR-Leiter. Und nun ist es in der Regel, und das ist ganz wichtig, wenn Sie recherchieren auf LinkedIn, natürlich nicht so, dass eine Berufsgruppe oder eine Zielgruppe ein und dieselbe Berufsbezeichnung verwendet. Der eine nennt sich vielleicht HR-Leiter, der andere Personalchef. Und deswegen ist es zuerst einmal ganz entscheidend, dass Sie herausfinden, welche Bezeichnungen sind da gängig. Das machen Sie durch Recherchieren, indem Sie sich mehrere Profile anschauen. Und dann können Sie das hier beispielsweise so verknüpfen. Und das werden in der Regel auch... Ups, Vorführeffekt. So, maglingt in die Anführungszeichen hier nicht. Dann haben wir hier also, wie Sie sehen, weiterhin unsere HR-Leiter. Entschuldigung, das war mein Fehler mit AND. Müssen beide Begriffe vorkommen. So, wir müssen das natürlich mit OR verknüpfen. Haben Sie als aufmerksamer Zuseher selbstverständlich bereits gemerkt. Und Sie sehen, wir haben jetzt hier den HR-Leiter, die Konzernpersonalchefin. Und wie gesagt, das sind in der Regel mehr als zwei Wörter. Jetzt haben wir noch immer keine Einschränkung auf die Branche vorgenommen. Wenn ich jetzt hier auf ALL Filters klicke, dann können wir bei Industries Pharmaceuticals auswählen. Also in dem Fall eben die Pharma-Branche. Es gäbe auch noch weitere Möglichkeiten über Unternehmen und so. Aber das reicht uns jetzt erstmal. Und mit dieser zusätzlichen Einschränkung bekommen Sie jetzt 51 Resultate. Das ist, würde ich mal sagen, eine durchaus überschaubare Menge. Und die Frage ist dann sozusagen natürlich, wie kommen Sie mit diesen Personen am besten in Kontakt. Aber bevor Sie darüber nachdenken oder bevor Sie das planen, müssen Sie diese erst einmal finden. Und wie gesagt, natürlich, je mehr unterschiedliche Personalbezeichnungen Sie hier eingeben, desto mehr Treffer werden Sie auch erzielen. Wichtig ist dabei noch zu wissen, und das ist eine ganz, ganz relevante strategische Dimension des eigenen LinkedIn-Netzwerks. Wann immer Sie suchen, hier mit solchen Kombinationssuchen, mit Berufsbezeichnungen, Sie suchen innerhalb Ihres Second- und Third-Netzwerks. Sie können also nur Personen durchsuchen, mit denen Sie entweder über eine oder über zwei Ecken bereits verbunden sind. Das bedeutet, ein größeres Netzwerk in der passenden Branche vergrößert auch ganz gewaltig Ihre Suchoptionen. Und wenn Sie diese Systematik, die ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, verwenden, dann werden Sie vermutlich früher oder später auch einen Sales Navigator Zugang wollen. Der Hauptvorteil vom Sales Navigator ist, dass Sie noch eine ganze Reihe zusätzlicher Filter bekommen. Und wir möchten ja im Normalfall unsere Nutzergruppen möglichst gut eingrenzen. Wir haben also hier im Sales Navigator, wenn ich beispielsweise, ganz egal welches Keyword die ich hier nehme, nach Beärgern durchsuche, eine ganze Reihe von Filtern. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, Sie können sich solche Suchen abspeichern und die werden dann immer automatisch aktualisiert. Wie gesagt, wenn Sie neue Kontakte haben, erweitert sich auch Ihr Second- und Third-Network und dadurch bekommen Sie immer wieder neue Treffer. Also wie gesagt, Berufsbezeichnung, Einschränken auf das Land, auf Seconds und Thirds, dann die Branche wählen und Sie sind bereits sehr, sehr nahe an Ihrer Zielgruppe. Also wie gesagt, einfach mal ausprobieren. So finden Sie genau die passenden Kontakte. Das Finden ist eine Sache. Sie müssen diese Personen natürlich, wenn Sie sie gefunden haben, dann auch kontaktieren. Und da gibt es eine ganz einfache, ganz simple goldene Regel auf LinkedIn. Cold Selling funktioniert einfach nicht. Sie wissen ja, mit der Tür ins Haus fallen, das funktioniert vielleicht bei Bula und Capri, wenn man einen Knochen in der Hand hat. Im Social Selling ist das eine Taktik, die Sie komplett vergessen können. Niemand freut sich drüber, wenn er eine Kontaktanfrage kriegt, die am besten gleich einen Verkaufslink enthält oder eine Aufforderung, irgendwas zu tun. Der Chris Walker hat letzte Woche ein interessantes Status-Update genau zu diesem Thema geschrieben. Und zwar schreibt er hier, It sucks to be on the receiving end of direct sales outreach on LinkedIn. If you're trying to sell me something on LinkedIn, here's how to do it. Connect with me. Das ist ganz, ganz wichtig, aber dieses Connect with me, das sollte man eben nicht nur technisch als das Abschicken der Vernetzungsanfrage begreifen, sondern connect, verbinde dich mit jemandem. Finde raus, was den interessiert, was ihn bewegt. Und LinkedIn ist eine verdammt gute Plattform, um genau das rauszufinden. Ich habe übrigens dieses Status-Update von Chris Walker durch Robert Weller gefunden, dem es ganz ähnlich geht. Er schreibt da im Prinzip dasselbe. Es nervt, wenn man ständig Verkaufsmail bekommt. Liefern Sie Ihren Kontakten Mehrwert. Beim nächsten Mal in der nächsten Sendung werde ich genauer darauf eingehen, wie das in der Praxis denn funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt und auf welche Möglichkeiten man eher verzichten sollte. Beim Kontaktieren neuer Kontakte. Herzlich willkommen allen Zusehern. Dankeschön für die Kommentare. Ich habe mittlerweile mein LinkedIn Live Setup so weit unter Kontrolle, dass ich es auch schaffe mitzulesen und ich beantworte auch sehr gerne Fragen. Wie gesagt, wenn es sich während der Sendung nicht ausgehen sollte, nachher im Anschluss einfach in die Kommentare reinposten. Und ja, in diesem Sinne herzlich willkommen Margit, hallo Marc, hallo Petra. Wie gesagt, die richtige Auswahl der eigenen Netzwerkpartner ist ganz entscheidend. Zum Abschluss noch kurz ein Gedanke dazu. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, die drei Säulen, die Optimierung des eigenen Profils, die richtige Inhaltsstrategie, also das Content Publishing und der Ausbau des Netzwerks sind entscheidend. Wie hängen die zusammen? Nun, es ist ganz klar, wenn Sie jemandem eine Kontaktanfrage schicken und der ist sich vielleicht unschlüssig, ob er die annehmen soll, dann wird er sich zuerst mal Ihr Profil anschauen. Das muss ihm den richtigen Eindruck liefern. Die zweite Sache ist, wenn Sie nun regelmäßig Inhalte publizieren, dann sind Sie, wenn Sie hohe Verbreitung erreichen wollen, ganz darauf angewiesen, dass Ihre Kontakte interagieren beziehungsweise reagieren. Kommentare sind am meisten wert auf LinkedIn, wesentlich mehr als Shares oder Gefällt-mir-Klicks. Und wenn Sie nun ein Netzwerk haben, das Kraut und Rüben ist, Kontakte aus ganz unterschiedlichen Zielgruppen und Sie posten zu einem bestimmten Thema, immer wieder eben zu Ihrem Spezialthema, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass viele Personen darauf reagieren, wenn Sie dagegen eine homogene, konsistente Zielgruppe haben, die sich für Ihr Thema auch wirklich interessiert, dann bekommen Sie auch diese notwendigen Reaktionen. Das also zum dritten Pfeiler der LinkedIn-Strategie. Ich habe schon einiges erzählt in dieser Sendung über Profiloptimierung und auch über Content-Strategie, aber das sind die drei großen Themen, die drei großen Bereiche, von denen wir reden, wenn es darum geht, die eigene Social-Selling-Strategie zu optimieren beziehungsweise LinkedIn möglichst effizient für das eigene Business zu nutzen. Apropos, dafür habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich am 21. November 2019 beim Change Summit Tirol mitmachen darf. Und zwar geht es dabei um Folgendes. Unsere Welt ist permanent in Bewegung. Sie verändert sich jeden Tag. Und genau deshalb blicken wir auch beim zweiten Change Summit in die Zukunft. Und zwar mit außergewöhnlichen Visionären. Denn wer heutzutage erfolgreich bleiben will, der muss gestern bereits das Morgen verstanden haben. Wir diskutieren mit vielen internationalen Experten im Tiroler Ötztal zu den Themen die Zukunft des Reisens und die Zukunft von Medien und Kommunikation. Führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medienwelt bringen uns anschaulich näher, wie wir morgen konsumieren, kommunizieren und reisen. Also nutzen Sie den Winterauftakt in Obergurgel-Hochgurgel kommen Sie zum Change Summit. Reden Sie mit und sichern Sie sich schnell einen der wenigen Plätze. Bis dann. Ich freue mich wirklich sehr, hier dabei zu sein. Ein ausgesprochen spannendes Programm. Es gibt auch eine Fernsehproduktion am Abend dazu. Außerdem eine sehr, sehr tolle Location. Das ist das Top Mountain Crosspoint in Hochgurgel. Und wie gesagt, Speaker-Lineup Marie-Helene Ametsreiter. Kennen Sie vielleicht das 2 Minuten 2 Millionen. Kai Dickmann, einer der bekanntesten Medienmanager und Experten Deutschlands. Stefan Goethe, Peter Hagemes, Patrizio Headfleisch, Philipp Jensen, Marta Kwiatkowski-Schenk, Peter Württemberger und meine Wenigkeit. Ich werde am Freitagvormittag einen Workshop über LinkedIn anbieten, wo wir auch genau auf diese Themen eingehen werden, über die ich zum Teil heute in der Sendung gesprochen habe. Und die gute Nachricht ist, es gibt noch einige wenige Restkarten. Kosten 360 Euro für einen so hochkarätigen Event. Denke ich eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Also, wenn Sie schon länger mal Tirol besuchen wollten, 21. November, Hochgurgel, wäre eine ganz hervorragende Gelegenheit dafür. Und damit kommen wir vor den Status-Updates der Woche zu einem Gastbeitrag von Martin Goldmann. Der richtet sich vor allem an die CCs hier auf LinkedIn, die Content Creators. Und Martin hat selber erfahren, das, was wir eigentlich alle merken, manche Postings funktionieren sehr gut, viele funktionieren sehr gut und dann gibt es wieder mal Beiträge, die so gar nicht abheben wollen. Das gehört dazu, meint Martin und ich kann ihm dabei nur voll inhaltlich zustimmen. Eine Sache, die mir wichtig ist, gerade hier auf LinkedIn, nicht jedes Posting wird ein Hit. Darüber muss man sich im Klaren sein und damit müssen wir alle auch leben. Zum Beispiel hier aus dieser kleinen Impuls-Reihe das zweite Video hieß Pfeife auf den Algorithmus und das war einfach kein Hit. Das hat nicht funktioniert. Das hat vielleicht die Hälfte der Abrufe der anderen Videos bekommen und ich war dann relativ schnell dabei, mir zu denken, okay, da hat mich der Algorithmus für irgendwas bestraft, was natürlich witzig ist bei einem Video. Das heißt Pfeife auf den Algorithmus, aber gut. Und mit ein bisschen Anschauung bin ich dann auf die Idee gekommen, gut, vielleicht liegt es einfach nicht am Algorithmus, sondern einfach daran, dass das Thema nicht so gezogen und nicht so funktioniert hat. Und das ist eine Sache, das kann einfach mal passieren. Wir liefern jeden Tag Content auf LinkedIn, sozialen Medien, LinkedIn, YouTube und so weiter und nicht jedes dieser Content-Stücke kann fliegen. Wir haben auch auf dem Tippscout unsere Ratgeberseite viele Tipps und Tricks, die einfach nicht funktionieren. Die werden vielleicht im Monat zehnmal abgerufen, trotzdem bleiben sie da. Was tun? Ich würde mal sagen, schauen, was eventuell die Ursache dafür war, dass ein Posting nicht so funktioniert hat, das dann eventuell ändern und dann weiter posten und weiter ausprobieren. Das ist einfach eine Branche von Trial and Fail, Trial and Error. Wir müssen ausprobieren, testen, testen, testen und dann, wenn irgendeins nicht so gut läuft, dann wieder aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Ja, also schon immer, wenn ich Martins Gastbeiträge sehe, dann denke ich mir, ich schaue zwar raus auf einen netten, begründeten Innenhof, aber dieser halbverwilderte Gordon ist echt saucool vor seinem Fenster. Danke Stefan, ich habe mich wirklich sehr gefreut auf diesen tollen Event in Obergurgel. Hallo Ben, alte Socke, auch auf LinkedIn, freut mich sehr, dass du zuschaust. Wir sind damit noch nicht ganz am Ende der heutigen Sendung. Wie die Stammsäher der Datenschmutz-LinkedInShow ja bereits wissen, gibt es als fixen Programmpunkt jede Woche unsere Status-Updates der Woche und da möchte ich diesmal beginnen mit Dusika, einer Züricherin, einer Sachbearbeiterin, die momentan einen zeitlich befristeten Job hat und auf Arbeitssuche ist. Also wenn Züricher Kontakte zusehen, ich poste die Links dann anschließend in den Kommentaren. Mir ist das aufgefallen, weil ich finde, das ist ein sehr schöner, sehr motivierter Lebenslauf. Würde mich als Personaler sehr ansprechen. Es ist in den Kommentaren dann auch gleich der Begriff, ich habe den zum ersten Mal gehört, gibt es aber anscheinend schon, der Begriff Employee Branding, bin ich jetzt gerade nicht, ich glaube, das war bei ihr bei den Kommentaren, Employee Branding aufgetaucht, also Lebenslauf, meiner Meinung nach, sehr, sehr gelungen. Muss ja nicht immer zwangsoriginell sein, manchmal reicht einfach straight und sympathisch mehr als. Also wie gesagt, wenn Sie eine Sachbearbeiterin suchen, Dusika freut sich über Ihren Kontakt. Frau Turner, Frau Nora Turner, Social Media Expertin und auch Influencer Expertin und selber Influencerin, hat einen sehr spannenden Artikel publiziert auf LinkedIn. Ich habe ihn auch in der OME Gruppe geteilt, wie sich Influencer selbst abschaffen. Nun, ein Thema, das schon sehr lange diskutiert wird, wenn ich diese Diskussionen mitverfolge, die wilden gegenseitigen Beschuldigungen, wer denn nun Follower gekauft hat und wer nicht, dann bin ich immer ganz froh, dass ich im B2B-Bereich arbeite und mit Lifestyle wenig zu tun habe. Aber wenn Sie etwas genaueren Einblick bekommen wollen in diese Mechanismen und wie Influencer Marketing so funktioniert und wie da auch teilweise mit KPIs und Reichweiten herumgetrickst wird, sehr, sehr empfehlenswerte Artikel. Kollege Hommeyer, unser Lieblings-Storyteller, hat wieder eine Coffee Break aufgenommen und ich werde Sie auch verlinken, nur einen kurzen Ausschnitt daraus, weil es ist nämlich so, ich habe das ausgesprochen lustig gefunden, sein Konzept von, wie er es nennt, Visual Native Storytelling. Aber sehen Sie selbst. Let's start again. The Miracle of Life and how our brain is mastering it. Let's go. Have you ever heard the sentence Monkey see, monkey do? Just imagine two monkeys sitting where monkeys prefer to sit. Next to the monkeys, there is a bush with red, juicy berries. Tasteful red, juicy berries. The only problem is, Monkey Boy and Monkey Girl don't know if the berries are toxic. So they refuse to eat the red berries. Suddenly a third monkey joins the group, goes straight to the bush and eats a lot of red, juicy berries. Five minutes later, he's still alive and our monkey couple climbs down the tree, goes to the bush and eat berries as well. That's a nice story, isn't it? But what is the message? First of all, monkeys like red, juicy berries. And second of all, they do native visual storytelling and as we are not far away from... Cliffhanger, Cliffhanger. Schauen Sie auf Florian Hommeiers Profil. Link folgt in den Kommentaren. Wenn Sie den ganzen Clip sehen möchten, überhaupt für alle, die an Storytelling interessiert sind, seine LinkedIn Coffee Breaks, eine ganz dringende Empfehlung. Auch in die Ome gepostet, Online Marketing Österreich, die Gruppe, es läuft gerade eine Social Media Studie und die Studienautoren suchen Social Media Manager und Managerinnen, die da teilnehmen möchten und sie wollen erheben, vor welchen Herausforderungen die Social Media Manager aktuell in ihrem Berufsalltag stehen. Und wie gesagt, wenn Sie in diesem Bereich tätig sind, wäre fein, wenn Sie da mitmachen. Die Ergebnisse werden anschließend auch veröffentlicht. Ich werde dann bei Zeiten darauf hinweisen und den Link posten. Und dann, wie gewohnt, kann man schon fast sagen, unser letztes Status Update der Woche am Donnerstag. Ein kleiner Reminder. Morgen ist wieder unser Lieblings LinkedIn Tag in der Woche. An dieser Stelle schöne Grüße an Arno. LinktFriday ein bis drei Kontakte aus dem eigenen Netzwerk empfehlen. Das Posting mit LinktFriday Taggen. Morgen bereits die 16. Runde. Der Hashtag hat aktuell 446 Follower. Schauen wir mal, ob wir die 500 morgen zustande bringen. Ich habe ein kurzes Fazit auf der Webpage LinktFriday.net geschrieben zur 15. Runde beim letzten Mal. Ich bin wirklich begeistert und sehr erfreut darüber, wie sich das Ganze entwickelt. Und sage, es war sehr schön. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Ich danke Ihnen fürs Zusehen. Wir sind am Ende dieser 13. Ausgabe der Datenschmutz LinkedIn Show. Danke, dass Sie dabei waren. Nächste Woche wieder am Donnerstag zur gewohnten Zeit um 16 Uhr. Heute mit ein wenig Verspätung, weil Very Busy Day. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich glaube, ziemlich in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir noch mal fast einen Herbstfrühling sozusagen. Wunderbare Tage. Nützen Sie sie aus am Wochenende. Gehen Sie raus. Das werden wir garantiert auch tun. Right? Und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Dabeisein. LinkedIn Show. Richie out. Dabeisein. 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 Dabeisein.